Liebe Anastasia, ich möchte hier in der Gruppe sagen, wie dankbar ich bin für dieses wunderbare Zungen-Fitness-Seminar. Ich möchte mit allen hier teilen, wie gut es mir dabei geht, was ich für Aha-Erlebnisse hatte. Ich habe nie an meine Zunge gedacht, dass man die auch trainieren kann. Meine Zunge ist jetzt so trainiert, ich gehe zwar nicht so schnell voran, wie du hier die Videos postest, das ist mir ein bisschen zu schnell. Ich hink hinten nach, aber das macht nichts. Ich bin bei Lektion 10, bei Zungen-Fitness 10 und habe Riesenerfolge. Der Oral-Sex ist so toll wie nie, so toll wie nie wirklich war. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass man mit dem Mund und mit der Zunge so tolle Sachen machen kann. Und so ganz nebenbei, und das finde ich fast genauso wichtig, hat sich mein Gesicht gestrafft. Und vor allem dadurch, dass der Zungengrund so trainiert wird, hat sich das Doppelkinn, also mein Doppelkinn ist nicht aus Fett, sondern einfach eine Erschlaffung, hat sich das wieder gestrafft. Und das schaut richtig gut aus. Und das habe ich dir zu verdanken. Und meine Lippen sind auch noch voller geworden. Ich habe zwar nie schmale gehabt, aber die sind noch ausdrucksvoller geworden. Und wie gesagt, man kann seinen Liebsten dann so verwöhnen mit so einem fantastischen Oral-Sex, wie ich das vorher nie konnte. Ja, ich meine, als Mann weiß ich das nicht. Ich kann nur von der Frauenseite her sprechen. Aber ich fühle mich richtig gut dabei. Ich fühle mich richtig gut dabei. Und das soll es ja auch sein. Also Anastasia, ganz, 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 ganz super. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du löscht nichts, weil ich kann leider nicht so schnell, wie du das postet, weil ich ja auch arbeiten muss und viele Verpflichtungen habe. Aber ich versuche jeden Tag ein paar Übungen einzubauen und sehe mir halt immer nur ein Viertel oder ein halbes Video an. Und ja, ich glaube, du bist die Einzige, die das macht. Fantastisch. Vielen, vielen Dank.